Jo, schönen guten Tag, der Ere ist da und wir suchen immer noch Steinkreis auf dieser Insel, wo wir uns mit allen verschissen haben und wo uns alle hassen. Wir werden auf jeden Fall hier nochmal eine kleine Beförderung durchführen, damit wir mehr... Oh, da gibt es einen extra Würfel. So, und dann werden wir weiterschauen. Ja, wir spielen Curious Expedition 2. Und ja, wie ihr seht, alle Eingeborenen sind uns auf den Fersen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier Stück für Stück uns ein bisschen gut durchspielen. Ah, die... Ah, shit, die haben wieder... Ich wollte die eigentlich überfallen, aber das ist halt... Kann man schlecht heimen. Ja, es sind immer die gleichen Gruppen, die die Eingeborenen schicken. Das ist ganz nett. Dann weiß man wenigstens, was einen erwartet. So, wir müssen halt nur aufpassen hier. Da ist schon mal eine Heilung. Ja, eine Heilung machen wir mal hier drauf. So. Das wird jetzt mit dem Schild schwierig, ja, das dachte ich mir. Aber irgendwie muss ich ja mal den... Oh, na, klasse. Naja. Dann haben wir noch eine Glühung drauf. Ist vielleicht ganz clever. Sehr gut. So. Also die habe ich echt ein bisschen verärgert hier, die Kollegen. Das funktioniert so nicht. Viel Damage hat auch nicht hin. Was haben wir hier noch? Ach, äh, was bist denn du? Ratulation. So. Komplett weggeploppt. Na toll, ich. Ach. Ach, ja. Mit ihrem Schild da hauen sie uns jetzt ganz schön... Ja, wenn man hier als Zwerder dran ist, ist es halt ein bisschen schwierig. Dann macht es das alles ein bisschen kompliziert. Ey, lass ein Hundi in Ruhe. Das war gut. Das war ein Hüter. Was haben wir denn hier? Ein Stun. Hat nicht funktioniert. Man hat dort eine kleine Heilung drauf. Naja. So. Der Schild steht schon wieder. Ach, Mann. Hier mit eurem komischen Schild. So, jetzt brauchen wir mal eine Heilung. Wieder keine Heilung. Okay. Also, warte mal. Wie war denn das? Machen wir mal den Effekt weg. So. Geblockt. Hier gibt es noch eine. Und jetzt haue ich den Schamanen weg. So. Hier müssen wir mal ein Heal drauf machen. Müssen wir mal ein... Oh, guck mal, siehste. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Das hätte ich vorher spielen müssen. Das vergesse ich immer. Das vergesse ich immer mit diesem Verwundbar machen. Das spiele ich echt falsch. Das ärgert mich. Das verpasse ich jedes Mal. Oh, wir müssen... Oh, ja. Die Heilerung ist gestunt. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Lass mal die Heilerin retten hier. Suss ihn dazu. So. So. Das ist echt ein krasser Move. So, jetzt brauche ich nur eine Heilung, Freunde. Ne, ne, das war schon richtig. Heil mal dich selber. Sehr gut, Schatz. So, jetzt. Hoffentlich haben die was zu essen dabei. Ja, haben sie. Hier kann man jemanden heilen, ja. Machen wir mal so, okay. Jetzt habe ich das Problem, hier dreht sich quasi gerade gar nichts. Wenn sich das Ding dreht, sind wir ein Stück näher. Ja, jetzt greifen wir direkt an, sehr gut. Ich bin echt am überlegen, ob ich zuerst den Schild Heinz wegnehme. Das nervt mich immer so ein bisschen. Und jetzt machen wir noch ein Schlitzi mitziehe. Hinten drauf. Okay. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ei, 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 jetzt kämpfe ich mich hier durch, du. Da war der weg. So. So. Hau ich dich nochmal ins Gesicht gehauen. Das ist ganz geil hier. Hey, komm, mach doch mal. Ah, siehste, watch this. Gibt um ein bisschen Sanity. Was haben wir hier noch? Bates Enemy, okay. Tja, Problem an der Geschichte ist, es ist gar nichts. Mein dreht sich hier, hier dreht sich nichts. Ah, jetzt, 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 jetzt. Ein Schreien. Und ist auch noch ein Händler, sehr gut. So. Viel Grün, du. Ah, es war so knapp. Puh, okay. Naja, dann lassen wir das. Mit den Schreien, das ist tatsächlich nichts, wo ich sage, das brauche ich unbedingt. So. Ich hoffe jetzt einfach mal. Ah, wir haben auch mal die reingeborenen und hoffen, die haben was zu essen dabei. Ahaha, so. So. Ui, das war... Das war zonnig. Den da. Zack. So, und dann. Ne. So, nun sieht es doch ganz gut aus. Komm, schlag zurück. Sehr gut. Das ist voll die krasse Eigenschaft, ja. So. Bäm. Noch ein Schlitz hier. Ja, je, je. Das läuft. Jetzt hau ich dich nochmal an, dann ist es gut. Heilen wir uns selber, schnell nochmal. So, wie dazu. Äh. Sharpness of Vision, okay. Tja, Freunde. Jetzt mangelt es mir ein wenig. Tja, jetzt komme ich hier nicht weiter. Wir haben nichts mehr zu essen. Unsere geistige Gesundheit ist im Eimer. Wir müssen da jetzt hinlaufen. Ohne. Insanity Event. Ja, ja, ja. Oh, sie hat ein bisschen verloren. Okay. So, Trader, Zweck her, was du da hast. Ich nehme alles. Solange ist mir ein bisschen... Er hat auf jeden Fall Konserven. Die nehmen wir alle. Was hat er denn noch? Eine Schatzkarte hat er. Er hat einen Sextanten. Ich muss erstmal gucken, was gebe ich ihm. Ich kann ihm erstmal hier dieses ganze Zeug. Das braucht keiner. Das Juwelenzepter behalten wir uns. Das kann man auch noch. Sextanten nehme ich. Was haben wir noch? Wasser. Haben wir noch Wasser? Nee, wir haben auch kein Wasser mehr. Okay, Wasser brauchen wir auch. Silber Amulette. Was kann ich noch tauschen? So ein Pelz. Ah, hä? Das kann man noch... Gegen was kann man das noch eintauschen? Was ist das? Gegen das Ei. So, und jetzt können wir uns hier erstmal... Konserven rein tun. Hui, das war gut. Das war gut. Something is hatching. Oh Gott, das Ei? Jetzt... Eine Schildkröte. Oh, das ist aber cool. Wir haben hier eine Schildkröte. Und dann haben wir hier einen Elefantenfriedhof. Das ist ja cool. Und dann haben wir einen Stoßtahn. So. Oh, da oben. Die Elefanten sind böse auf uns. Das sind auch noch Fragezeichen. Da müssen wir eh hin. Okay, aber jetzt wird es langsam wieder... Der Nebel kommt wieder näher. Seht ihr das? Laufen, 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 laufen. So. Sehr gut. Bäm. Stun. So, so. Noch eine Blutung drauf. Der Hundi kriegt nochmal die Verteidigung. Und dann... Sehr gut. Den haben wir aber schön rangenommen. Sehr schön. Und der bringt wieder Fleisch. Warum dürfen die... Da habe ich mich extra reingeschlichen. Die... Ha. Gott, Gott. Ja, 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 ja. Ich habe es schon mitgelegt. Oh, jetzt. Okay. Dann prügelen wir da mal direkt richtig in rein. Ne, wir machen direkt mal ein Heal. Wir müssen ja nichts riskieren. Warum sollte man hier was riskieren? Ah, dass die jetzt zuerst angreifen dürfen, ist ein bisschen ärgerlich. Ja, 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 ja. Ich habe es schon mitgelegt. Oh, komm. Komm, 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 komm. 19 Schaden. Das ist gut. Das nehme ich gleich so. So, das wollen wir noch mal. Sehr gut. Dann nochmal nämlich eine Heilung. Bumm. Und dann. Gibt es dort nochmal ein schönes Ding? Falscher Mann. Das habe ich genau eh zu wenig, hä. Oh, die heilt. Die heilt, die Drulla heilt. Die heilt. So, dann müssen wir direkt wieder mit dem großen Prügler kommen. So, dann machen wir halt ein Schild drauf. So. Weggemachtes Ding. Ich will avenge you, native Defender. Yeah, yeah. So, Heilung. Junge. Was ist denn los hier? Hier ist der Heilung. So. Ich habe mal hier hinten. Koch ist wichtig. Dann. So. Und ein bisschen Schutz. Die heilt sich selber. Jetzt geht es aber los hier. Jetzt geht es aber los. Das ist eine üble Counter-Attacke. Wenn der hier reinläuft, dann hat er verschissen. Dann muss ich dich dissen. Das war's. So, jetzt brauchen wir eine Heilung. So, 25 auf mich selber. Boah, der haut, der haut ein paar Kellen raus hier, der Typ. So, ne, komm. So, loot. Eine Hornflöte und der Rest ist Mist. Da dürfen die wieder zuerst angreifen. Ach, das nervt. Ach, das ist immer genau das gleiche Rudel. Das ist immer die gleiche Truppe. Das ist halt tatsächlich, jetzt wenn wir mal zuschauen, glaube ich, vielleicht gerade echt ein bisschen langweilig. Ich kann es aber nicht ändern. Das suchen wir tatsächlich nicht aus, ne? Ach so, da ist ja schon wieder der Block drauf. So, da gibt's noch ein schönes Ding. Noch ein Speer mit reingestopft. Und dann haben wir erstmal so ein bisschen geschafft. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist alles ganz schön schwierig gerade, finde ich. So, rewold ich auch. So, dann möchte ich nämlich eine 11. Ne, so. 25 auf mich selber. Gut. Brettern wir mal erstmal hier durch die Deckung. Dann müssen wir hier mal volle Möhre. Ein bisschen Counter-Attack einstellen. Ja. Das ist halt, boah. So, den. Du. Gut, das wird eine sehr grüne Veranstaltung. Das nehmen, das nehmen, das nehmen. Brennen wir ins Schild. Das dachte ich mir. Ja, das ist, das war eine blöde Runde. Jetzt heilt es wieder. Ja, 20 Schild ist schon relativ viel. Das war gut. Jetzt haben wir die Reihenfolge mal richtig rum gehabt. Jetzt hat's das mal. Der Schild ist weg. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier mal richtig schön Damage machen. Das ist schon mal richtig gut. Wieder kein Stun. Acht bleiben übrig. Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Acht bleiben übrig. Das ist nicht gut. Das ist nix gut. Aber er hat nicht, er hat keinen Schild gemacht. Sehr gut. So. Jetzt haben wir das. Kleine Heilung drauf. Und jetzt geht's da hinten weiter. Schlitz, Schlitz. Hier gibt's halt verdammt viele Eingeborene. Ich brauch doch noch einen Steinkreis, ey. Das ist echt nicht euer Ernst. So. Sehr gut. Und tschüss. Ja, einen Heiler brauche ich nämlich noch. Hier vorne noch mal eine Heilung drauf. Stun drauf. Sehr gut. Sehr gut. Komm, mach mal. Oh, das ist... Oh, die haben die gutes Zeug. Nee. Na ja, Schrauben ist auch Wischen. So, okay. Also, da können wir jetzt wieder Flöte spielen. Infected. Mr. Howard. Äh. Ja. Steinscheibe. Steinscheibe, gut. Aha. Die untersuchen wir mal. Okay, die... Die... Mit der können wir jetzt irgendwas aufmachen, aber das Problem ist... Aha. Es dreht sich auf jeden Fall schon. Seit es sich was dreht... Okay, dann gehen wir jetzt mal... Und hoffen, dass das hier das Richtige ist. Ja, es dreht schneller. Es dreht schneller. Es dreht schneller. Ja, Freunde der Sonne. Angry. Wer ist denn Angry? Pouché rückt sich auf. Hä, hä, hä. Oh, jetzt wird sich... Was? Unser Koch geht? Unser Koch hat uns verlassen. Oh, nein. Jetzt ist der Koch weg. Wir gehen nach Hause. Oh, nein. Ach. Unser Koch ist weg. Der war wichtig. Ja gut, wir haben übrigens einen Haufen Zeug mit nach Hause gebracht. Schaut mal hier. Und was wir nicht alles mitgebracht haben. Eieieieiei. Oh, das ärgert mich jetzt. Der Electric Bacon. oder macht licht und das hier ist die elektrische fackel ok wortschüsst und das kann das mal das ist ärgerlich ja aber ich mache an der stelle trotzdem schluss das ist jetzt ein bisschen ärgerlich wobei wir können ja mal ganz fix in die taverne gucken gehen ob wir vielleicht findet man ja einen neuen koch nee in wo man trader oder henry translator dass das wird das wird extremste auswirkungen haben das wird extremste auswirkungen haben es fällt mir gerade so oft das messer hat er da gelassen wir haben unsere schildkröte noch dabei so auch das ist echt nicht schön ja gut da müssen wir uns mal überlegen wie wir das machen ich sage erstmal vielen dank bis zum nächsten mal tschau tschau der ära